Ich mach schon auf! Ja! Hallo! Hallo! Mama, das ist Timo! Hallo Timo! Hallo! Na ihr? Ich hab hier was zu trinken für euch. Ich dachte, ihr habt vielleicht Durst. Ist ganz schön dunkel hier. Ist nicht gut für die Augen. Ich lass mich mal allein. Äh, ich hab die Oma grad dran. Willst du dich auch kurz sprechen? Boah, Mama. Hätte ja sein können. Nee, ist grad schlecht. Feuer! 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 Ah, nee. Nee, ich dachte, ich hätte Rauch gerochen. Komisch. Sorry. Du, äh, Schatz, ich brauch deinen Reisepass. Ich muss dringend das Datum checken. Ähm, nicht dass der abgelaufen ist, wenn wir nächstes Jahr in Urlaub wollen. Wär schade. Guck mal, was ich im Keller gefunden hab. Deinen alten Hüpfball. Das macht Spaß. Wo, wo wollt ihr denn hin? Wo wollt ihr hin? Wär schade! Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020